Schießstandsteuerung, ähäh. Weiß ich, eventuell gibt's ja da irgendwas als Belohnung. Aber dafür fehlt mir halt echt die Munition gerade. Aber du hast scheinbar schon geplündert, wie dreist. Ah, okay, wir haben unendlich Munition. Okay, das sind die Guten, ja. Okay, ich verhält schon zu mehr Punkte. Nö. Ah, zerfällt dir so oder so. So, okay. Ein zu vier erledigt. Zwei, glaube ich. Dann nochmal verneußen. So, das geht ja echt auch ganz gut. Oh, ich hab's, hab ich Munition gekriegt? Tatsächlich. Das ist ja nett. Oh, ne Möglichkeit sich so ein bisschen aufzufrischen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt mittlerweile irgendwie nachher zwei Stück rauskommen und man dann halt hinter so einen blauen schießen muss, weil sich ein roter dahinter versteckt oder so. Oh, das geht jetzt echt ganz gut. In diesem Fall sind wir jetzt hier lange draußen. Mal gut mit Arbeiten. Na komm, eins machen wir noch. Ah, das war knapp. Okay. Ah, jetzt gehen wir sich deutlich schneller weg. Jetzt gibt's auch Medi-Packs. Auch nett. Okay. Genug Zeit vertrödelt. Wir müssen dort weiter. Naja, es gab eine Belohnung oder sinnvolle Sachen, von daher. Ne? Ich glaube, dir fehlt da was. Stars haben wir soweit. Oh. Genau, laufen wir da mal durch. Danke. Nix, müssen wir das wahrscheinlich auch irgendwie abschalten. Hm. Wir können sie natürlich auch noch verlangsamen, ne? Nehmen wir zuerst mal keine Gegner mehr kommen. Ich würde da gerne dran vorbei. Dankeschön. So. So. Aufmachen. Danke. Und dann raus. Dann bist du halt auch relativ nah hier gesprokt. Wow. Weil wir es nicht so gewesen sind, hier Dinge abzuschießen. Ah ja. Wie gesagt, wenn wir ein großes oder ein mittleres Medi-Pack geschenkt gekriegt, dann nutzen wir das doch direkt mal. So. Brennstoff. Tschüss. Da hinten. Da glaube ich auch noch irgendwas zum mitnehmen. Ich habe das Gefühl, dass das mittlere irgendwie gar nicht mehr so viel bringt. Wenn ich mir das mal anschaue. Da hat jetzt irgendwie kaum was geheilt gefühlt. Kommt ein Kopf gerollt. Na schön, der nächste Energieknoten. So. Und jetzt lohnt sich auch noch speichern mal. Haben wir doch noch einiges einsammeln können hier. Sehr cool. Okay. Hier ist wieder relativ leer. Mal schauen, was da alles kommt. Aber es ist cool, dass wir auch jetzt andere Dings genommen haben. Oh, okay. Andere Logos auf den Kisten, einfach weil es halt ein anderes Raumschiff ist. Aber generell haben sie ja hier sehr auf Details geachtet. Die schön. Gut. Gut. So, das war's mit euch. Hoi! Aber wir sollten mal langsam Stasa einsetzen. Viele Gegner. Heidung! Danke! Tschüss! 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 So, jetzt haben wir noch was zum Nachladen. Gut, hier ist auch ein bisschen was gedroppt, von daher. Ging ja doch noch ganz gut. Sehr nett, dass ihr die ganze Plasmaenergie wieder zurückgebt, die ich an euch verschossen hab. Na gut, waren ja auch einige Gegner. Hm. Die Schlafkammer ist beleuchtet, allerdings ist nichts interessantes drin, schade. Na gut, aber wir haben hier noch, ähm, noch ein paar, äh, Spinde. Dann werde ich mich da mal kurz glücklich dran tun. Da war schon jemand. Reist. Und wie es aussieht, kommen wir dann, ja, müssen wir wahrscheinlich nochmal hier zurück. Wohl, hier können wir noch hin. Äh, die Verschlusssache. Priorität Schwarz. Chief of Staff, Earth Defense. An Commander Cardigan. Operation White Light. Schauplatz, Aegis System, Planet wird nachgereicht. Zielsäuberung. CEC-Schiff, USG Ishimura verstößt gegen einen Befehl der Regierung. Sie sollte einen Marker 3A geborgen haben. Spec Ops hat, äh, Special Ops hat das System beschädigt, ne, bestätigt. Äh, konnte aber keine Planetenkonstellation zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödliche Organismen eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb, äh, zum Aegis System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung. Und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Okay. Heißt, die wussten auch schon Bescheid. Haben trotzdem die Kapsel geöffnet? Na gut, sie sind vielleicht davon ausgegangen, dass da noch jemand überlebt hat. So, shoppidi shop shop. Können Sie auch ein großes Medipack kaufen, schön. Mh, du kommst mal weg. Wir verkaufen noch eins der Stase-Packs. So, weg. 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 sehr schön speichern wir jetzt aber auch ganz cool muss ich zugeben ok ich kann ihn tatsächlich wir dürfen ihn nicht erlösen vielleicht kommt er später noch mal das kann ja auch sein gemütlich gespeichert wir gehen wieder sehr respektvoll mit den toten um ich glaube nicht dass er soweit kommen wird irgendwie habe ich da so meine zweifel hier ist alles noch zu unteren maschinenraum da müssen wir wahrscheinlich hin da wäre noch ein aufzug allerdings ist auch hier zeug zu mitnehmen so gut vielen dank ok so ihr stase einsetzen ok da kann tatsächlich noch nix reißen jo das funktioniert und wieder mehr unnütze munition aber erst als gar nichts siehste kaum beschwer ich mich krieg wieder was was ich brauchen kann okay okay wir haben ja noch ein paar links da die frage ist wie soll ich das jetzt platzieren vielleicht doch eher andersrum dass wir uns dann da so ein bisschen schielen können ähm schielen können kannst du auch noch vorne ja sehr gut ich bin auch mehr oder weniger da hinten dran also wahrscheinlich eher weniger und alles brennt gut ich bin auch nicht ja ich glaub langsam bin ich hier raus Okay, das scheint auch was zu bringen. Schieben, schieben, schieben. Das bringt nix, okay. War ein Versuch wert. Ich schätze, wir müssen das nochmal zurück und das auf der einen Seite auch noch machen, oder? Ja, es scheint hier erstmal nix mehr zu sein. Auch eine Möglichkeit, mit den ganzen Highlight-Items wieder loszuwerden. Andererseits. Fuck it. Geht das halt nicht schneller. So, dann machen wir wieder einfach nur das Gleiche. So, weg. 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 Damit hält man das jetzt soweit. Okay. Hätte mich auch gar nix verstören müssen. Großartig. Okay, gut. Gut, gut, gut. Gut. So. Werden wir hier direkt wieder versorgt. Das ist nett. Ja, großzügig sogar. Wahrscheinlich werden wir die jetzt auch brauchen. Ich glaube, ich heile mich tatsächlich mal lieber. Haben nichts mehr zu heilen. Das sieht schon wieder so aus, als gäbe es hier irgendwas Bosskämpf oder irgendwas Zwischenbossmäßiges. Äh, hier ist ja überall zu. Hm. Sind du ich gar? Das bringt nix Ah, hier ist noch was zum mitnehmen. Vielleicht triggert das ja noch irgendwas. Mehr Plasmaenergie. Sehr gut. Gut, dass wir den einen Schuss gerade verballert haben. Ja, ist zu. Okay, da ist aber auch nix zum bearbeiten. Ich würde da gerne rein. Laut Spiel soll ich da auch rein. Äh, laut Questmarker-Dings. Hm. Ärgerlich, ärgerlich. Hab ich da vorher irgendwas? Ne, ich glaub mal sehen hab ich da nix. Großartig. Hm. Hm. Ah, ich geh nochmal zurück. Vielleicht wird hier noch irgendwas getriggert, was nicht getriggert... ...oder soll noch irgendwas getriggert werden, was nicht getriggert wurde. Ah ja. Ah, alles klar. Ah, alles klar. Jetzt ist hier auch offen. Isaac! Hier drüben! Ich hab versucht sie anzufunken, aber mein Konfer auch! Sie haben den Singularitätskerl! Ich bin Tartikel hier raus! Bringen Sie den Kerl zum Schuss und warten Sie nicht auf mich! Oh Scheiße! Ahhhh! 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 Das war's dann mit unserem Kollegen Hermann. Fuck, ich dachte der schafft's nicht eigentlich, dann mal so pötet schon. Ah! Moment! throws am Nachladen. Und halt die Freunde, die hier rumlief. So ganz, äh, sicher ist das halt auch nicht. Hm. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Okay. Ich glaube, wir sollten da nicht rüber. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, ja, bin auf dem Weg. Ich lauf ja schon. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Mein Freund, die Energie, Dings. Guck mal, was hier noch einigermaßen rauskommt. Ui, 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 ui. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Naja, wenn wir was speichern können, machen wir das nochmal schnell. Wir haben ja Zeit. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinnämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Öh. Achso, hier geht's noch rüber. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Wir sind, äh, wir sind sogar schon draußen, bitte. Das ging jetzt schnell. Na gut, wir haben ja auch im ersten Moment deutlich mehr rumgefuhrwerkt hier. Flieg, kleiner Isaac, flieg. Wie du noch nie geflogen bist. So, Leute. Ich wieder aufs normale Schiff hier. Endlich normale Leute. Naja, kommst du noch auf einmal her. Na, hier wird noch ein Shop. Moment. Dann, äh, will ich mal grad Zeug loswerden. Und eventuell noch was an den Plasmaenergie kaufen. Wo ist so viel Geld dürften? Äh. Jetzt haben wir da Geld. Wo es geht eigentlich mit der Plasmaenergie. So, ich glaub, ich nehm mal die Medi-Packs. Da sähe ich auch nochmal raus. Das mal die mal loswerden. So, und das reicht ja wieder für zwei Knötchen. Eins, zwei. Danke. Ein Großmeter kostet tausend. Das ist ja schon fast übertrieben. Na gut, es heilt halt auch voll. So, ankommen. Gibt's hier noch irgendeine Stase-Station? Sieht nicht so aus. Ah, aber ne Werkbank. Die ganzen teuer erfordenen Knoten direkt mal wieder einsetzen. Oder halt mal nutzen. So, Stase-Modul bitte. Sechs Stück. Das reicht sogar schon fast aus. Nicht ganz. Okay. Einen Knoten brauchen wir noch. Dann hab ich alles geskillt, was ich skillen möchte. Ich könnte ja bis was an Munition verkaufen und mir den... Ach nee, komm. So dringend ist es ja nicht. So, hätten wir das auch mal angeschlossen. Ich versuche mich gerade mal anders hinzusetzen. Ah, ich glaube, ich muss nochmal komplett aufstehen. Moment. Garz. So, etwas besser. Okay, dann bitte einmal den Fortschritt speichern. Kapitel 10. Das ist ja wieviel insgesamt sind. Zwölf, dreizehn? Oder ist das jetzt schon das letzte? Ich... Oh. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hemmensprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, da haben wir einiges zu tun. Hm, aber gut, dann schauen wir doch mal. Oh, das sieht ein wenig Kultisten mäßig aus. Das ist ja nicht so schön. Hm. Boah, ich hatte es glaube ich so weit alles schon zerlegt, oder? Hm. Und die sind exkutiert worden. Eingepackt und exkutiert. Ah, ein kleiner Marker. So, irgendwas an unentwürdigen Sachen da. Hm, ja. Das kann auf jeden Fall mal weg. Rest sieht gut aus. Okay, dann gönne ich mir noch einen Schluck. Dankeschön. So, diesmal hört man es auch gerade. Weil, wie gesagt, ich kann das Mikrofon ja nicht muten. So, besser. Das hätte ich gerade praktisch oder optimal getimt. So, nach oben. Ja, aber ich glaube, für viel ist es echt nicht mehr. Es klingt da gerade jemand, äh, Twinkle Twinkle Little Star. Klingt ein wenig so. Ähm, Unitology-Artikel. Gemeinsam werden wir auch verstehen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur der nächste Schwindel? Von Carrie von Otkin. Ähm, wenn sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology hat inzwischen über eine Million Anhänger, darunter einflussreiche CEOs und offizielle, hält nach eigenen Angaben Aktien im Wert von, ähm, 78 Millionen Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt zwei der größten Kreditinstitute auf der Erde. Von seinen Anfängen als Personenkult hat Unitology sich zu einer anerkannten etablierten Religion gemausert. Die wesentlichen Fakten sind hier nämlich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologie-Professor Michael Altman die, nach seinen Angaben, größte Vertuschungsaktion der Erdregierung auflegen, die Entdeckung eines Artefakts auch Marker genannt. Das, äh, ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altman daraufhin als Spinner, doch seine Behauptungen fielen bei einigen auf fruchtbaren Boden und sein mysteriöser Tod kurz nach, danach stürte das Interesse noch. Ach, das, äh, passiert ja mittlerweile auch. Kennt man ja. Ja, Unitologen glauben, der Marker erhielt seinen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben, äh, das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlangt werden kann. Der Marker, äh, Haken ist allerdings, dass man dafür erst sterben muss. Sie sagen, die Regierung verstecke den Marker irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Im gesamten von Menschen besiedelten Weltraum preisen die Unitologen Altmans Märtyrer-Tod und warten auf den Tag, in dem Gott kommt, um sie zu ihrem neuen Leben, äh, nach dem Tod zu geleiten. Im Prinzip hört sich das alles recht harmlos an, allerdings gibt es, wie bei jedem Kult, auch eine dunkle Seite. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein, niemand spricht hier darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens drei Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen, auch ein Geweiter genannt, gibt. Ähm, mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheiten innerhalb der Kirche und in die Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach. Indem man der Kirche viel Geld spendet und Macht verleiht. Äh, aber bei Geld spenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von ihren Anhängern, dass sie nach ihrem Tod ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen, das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Ähm, da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht. Wissen. Ein weiteres Gerücht, das sich beharrlich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimes Schiffsbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten die Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuern sämtliche angebliche Augenzeugen, dass diese Mausoleumsschiffe trotz ihrer enormen Größe Fortsetzung auf Seite 49... Oh, können wir das nicht mehr fertig lesen. Na dann. So, sollen erst mal darüber, was... Da hinten wäre zwar auch schon auf... Äh, nur für Klasse 1 Person. Obwohl, theoretisch können wir ja rein. Naja, wir werden da aber noch hinkommen. Natürlich sind sie das. Haben sie keine Angst. Sie werden bald schon ihre Rolle erfüllen. Werden sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen sie sie an! Heißen sie sie willkommen! Stimmt, von dem Tablet hatten wir auch öfter mal was gelesen. Der war ja auch, glaube ich, hier und hat es gar nicht irgendwen gesucht. Guck mal, wie bei StarCraft hier mit dem ganzen Kriecher. So, da ist zu. Ah, okay, jetzt dürfen wir auch mal rein. Sehr freundlich. Aufräumt wurde ja auch schon länger nicht mehr. Du willst doch hier drin nicht rennen. Könnt ihr Türen öffnen? Wahrscheinlich nicht. Von daher würde ich mir das erstmal nicht so viel Sorgen machen. Andererseits, die sind jetzt nicht so unglaublich gefährlich. Müssen wir halt dran denken, wenn wir nachher wieder rausgehen. Oh, zwei davon. Das heißt, das wird jetzt einiges an mir die Kosten. Mensch, war noch nachladen. Warte doch mal. Also, zwei davon, die sind halt echt nervig. Die ganze Kleider Viecher. Ja, scheinbar können wir uns hier retten auf dem Schlick. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Okay, jetzt wird es jetzt Zeit, sich nur noch zu heilen. Meine Herren, das ist nicht zu wenig. So, das war alles andere als erfolgreich. Dankeschön. Gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen, erst einen zu erlegen und dann die Kleinen und dann den Anderen. Wenn nicht alles auf einmal hier zerlegen müssen von den kleinen Viechern. Ja, beim nächsten Mal, falls nochmal zwei Stück auftreten sollten. Ja, danke. Gut. Dann können wir auch schon fast wieder hoch, oder? Hier ist noch ein Knoten. Super. Brauche ich mir gar keinen mehr kaufen. So, Ola rausziehen ist ja leider auch nicht. So, jetzt haben wir den Explosiven da draußen. Das ist, glaube ich, von dir oben schnell etwas erledigen können. Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beilen Sie sich. Ah, du hast also noch eine alte Version von deinem, äh, von der Navigationssoftware und, äh, hier sollen die jetzt upgraden. Mhm. Sieh mal eine an. So, Explosivkollege. Hm. Dann halt nicht. Ugh. Nice. Dann halt nicht. Ich wäre es. Schade. Ich schieße das Ding doch mal ab hier. Ja, es hat ja lang genug gedauert. Ich muss aber wirklich mal anfangen hier Medi-Packs zu kaufen. 21 Schuss ist halt auch nicht so unglaublich viel. So, da es ja hier nicht weiter geht, bleibt nur ein Weg. Hm. Ah ne, wir haben ja die Dings, oder? Genau, wir haben die Schlüssel. Das ist mir auch ein Stase-Pack da gelassen. Das ist doch nett. So, Block C, Gemeinschaftsraum, okay? Ah, sehr gut. In Ordnung. Aber wir können natürlich auch erst mal speichern. So, da ist zu, da kamen wir her. Also bleibt nur hier. Der Weg über A. Ah, du schon wieder. Ja, komm. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt endlich mal hier eine passende Maus-Sensitivität gefunden. Wir müssen da rüber. Allerdings werde ich mich hier erst mal umschauen. Kling. So, nehmen wir das nämlich mal alles mit, was hier noch ist. Oh, Prost, Medi-Pack. Hatten wir lang nicht mehr. So, jetzt aber mal. Hallöchen. So, das Türschlöffel gebrückt. Wahrscheinlich können wir jetzt da hinten rüber. Nur einer? Okay. Ach, da kommt noch einer. Das sah gerade so aus. So, das ging tatsächlich gerade angenehm fix. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal das kleine Medipack noch rein und speichere dann eine Runde. So, äh, Gemeinschaftsraum, denke ich jetzt, oder? Nee. Ah. Jetzt können wir zu B. Okay, dann schauen wir mal. Hi. Ah, mir gibt es Sauerstoff, das ist nett. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ah ja. So, wir müssen da rüber. Dann da zu den Kojen, okay. Also. Also Sauerstoff, bitte. Meine Güte, willst du da immer drauf gehen? Na gut, das sind jetzt hier wieder die verbesserten Versionen, wie es scheint. Trotzdem. Oh fuck. Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten. Jupp, ist mir bekannt. Oh. Hm. Das war's noch mit der Munition. Das war's mit meinem Leben. Alles klar. Das, äh, haben wir gespeichert. Äh, dieses kleine Vieh. Dieses verdammte kleine Vieh. Wie gesagt, der eine Typ hat einfach unglaublich viel Munition gefressen. Das war jetzt nicht so schön. Das war jetzt nicht so das wahre, muss ich zugeben. Na gut, versuchen wir's noch mal. Gucken, dass der vielleicht jetzt etwas schneller stirbt. Durchgeladen ist. Cool. Ein Tritt war oben. Diesmal bist du leider auch geplatzt. Ich glaube, das wird jetzt noch schlechter als vorher. Wie gesagt, diese kleinen Viecher, da ist die Blasenpistole. Da braucht man halt wirklich was mit Flächenschaden. Das wär super praktisch. So. Wir haben noch ein kleines Medipack. Ich habe jetzt auch schon wieder Munition hier verbraucht, ne? Ja, fuck. Das ist alles nicht so... Ich brauche Munition, Kinders. Ich brauche hier viel mehr Munition. Danke, wenn etwas... Diesmal sind die jetzt nicht geschlüpft. Ist immer noch am Leben. Ungünstig. So, das kann da mal weg. So, Sauerstoff war hier. Dankeschön. Jetzt mal etwas... Verdammt, die sind ja noch da. So, okay. Die sind da verpackt. Natürlich auch in Ordnung. Du lebst ja noch. Du lebst ja noch. Zack. Na, komm. Sterb doch mal. Danke. Karte haben wir. Ja. Di保f. Bei... Dewand回來. Du lebst. Seine. Drei.